Es ist ein fantastisches Produkt, der China Europe Express, innerhalb von zehn Tagen zwischen China und Europa. Das ist großartig, eine tolle Qualität. Wir haben bislang 14 bis 18 Tage Lead Times gesehen. Und jetzt innerhalb von zehn Tagen. Das stärkt nicht nur das Produkt, das stärkt auch DuSport als größten Hub in Europa. So we have clear advantages. I'm going to name you three of them. It's climate-friendlyness, it's resilience and it's also the Lead Time. Because rail is much more climate-friendly than sea freight and it's also much faster.